Bevor wir Tensoren in ihrer allgemeinen Definition gut verstehen, lernen wir sie zuerst aus einer ingenieurwissenschaftlichen Perspektive kennen. Solange du Skalare, Vektoren und Matrizen kennst, wird es dir einfach fallen, Tensoren aus dieser Perspektive zu verstehen, denn Tensoren sind nichts anderes als eine Verallgemeinerung von Skalaren, Vektoren und Matrizen. Genauso wie wir Skalare, Vektoren und Matrizen nutzen, um physikalische Gesetze zu beschreiben, können wir Tensoren nutzen, um die Physik zu beschreiben. Tensoren sind ein noch mächtigeres Werkzeug, mit dem wir Physik beschreiben können, die allein mit Skalaren, Vektoren und Matrizen nicht formulierbar ist. Um die moderne Theorie der Gravitation zu entwickeln, musste Albert Einstein erst das Konzept der Tensoren verstehen. Erst dann konnte er die allgemeine Relativitätstheorie mathematisch formulieren. Fangen wir mit dem einfachsten Tensor an. Der Tensor 0. Stufe, repräsentiert durch einen Skalar, nennen wir ihn Sigma. Dieser Tensor ist also eine gewöhnliche Zahl und repräsentiert beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit eines Isotropendrahts. Der Tensor 0. Stufe als elektrische Leitfähigkeit gibt also an, wie gut ein Draht den elektrischen Strom leitet. Ein etwas komplexerer Tensor, bezeichnen wir ihn mit J, ist Tensor 1. Stufe. Das ist ein Vektor mit drei Komponenten J1, J2 und J3 im dreidimensionalen Raum. Natürlich kann der Vektor genauso zwei Komponenten oder mehr als drei Komponenten beschreiben, wie das in der allgemeinen Relativitätstheorie der Fall ist, wo wir mit Tensoren in einer vierdimensionalen Raumzeit arbeiten. Dieser Tensor erster Stufe kann beispielsweise die Stromdichte in einem Draht beschreiben. Wir haben den Tensor erster Stufe als Spaltenvektor dargestellt. Natürlich können wir ihn genauso als Zeilenvektor darstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt spielt es keine Rolle, wie wir die Komponenten aufschreiben. Bedenke aber, dass es später eine Rolle spielen wird. Die Notation von Tensoren erster Stufe als Zeilen- oder Spaltenvektor ist nur dann sinnvoll, wenn wir mit konkreten Zahlen rechnen, wie zum Beispiel in der Computerphysik, wo wir Tensoren nutzen, um konkrete Zahlen herauszubekommen. Um damit theoretisch zu rechnen, um beispielsweise irgendwelche Gleichungen herzuleiten oder einfach eine physikalische Theorie zu formulieren, werden die Tensoren kompakt in Indexnotation formuliert. Diese kennst du sicherlich bereits aus der Vektorrechnung. Statt alle drei Komponenten des Tensors erster Stufe auszuschreiben, schreiben wir sie mit einem Index k. jk steht stellvertretend für die erste Komponente j1, zweite j2 oder dritte Komponente j3, je nachdem, was wir für Index k konkret einsetzen. In der theoretischen Physik setzen wir meistens nichts Konkretes ein, weil wir die Physik möglichst allgemein und kompakt schreiben wollen. Aus dieser Indexnotation jk ist es nicht ersichtlich, ob sie einen Spalten- oder Zeilenvektor repräsentiert. Das ist nicht gut, denn später wird es wichtig sein, Spalten- und Zeilenvektoren zu unterscheiden. Aber diese Unterscheidung können wir leicht in unsere Indexnotation einführen, indem wir den Index unten notieren, wenn wir einen Zeilenvektor meinen. Und wir notieren den Index oben, wenn wir damit einen Spaltenvektor meinen. Die Notation von Indizis oben und unten hat eine tiefere Bedeutung, die wir später kennenlernen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt unterscheiden wir damit lediglich die Darstellung des Tensors erster Stufe. Der nächst komplexere Tensor ist Tensor zweiter Stufe. Bezeichnen wir diesen Tensor mit einem Sigma, denn ein Tensor zweiter Stufe kann ebenfalls die elektrische Leitfähigkeit beschreiben wie ein Tensor nullter Stufe. Elektrische Leitfähigkeit als Tensor nullter Stufe beschreibt ein isotropes Material. Die Leitfähigkeit als Tensor zweiter Stufe dagegen beschreibt ein nicht-isotropes Material, in dem die Leitfähigkeit unterschiedlich ist, je nachdem in welche Richtung der Strom fließt. Auch diesen Tensor hast du sicherlich schon in der Mathematik in der Matrixdarstellung kennengelernt. In einem dreidimensionalen Raum ist der Tensor zweiter Stufe eine 3x3-Matrix. Auch beim Tensor zweiter Stufe nutzen wir die Indexnotation aus und notieren die Komponenten der Matrix beispielsweise mit Sigma mk. Hierbei können die Indizes m und k die Werte 1, 2 oder 3 annehmen. Der Index m gibt die Zeile an und der Index k gibt die Spalte an. Das Spiel können wir weiter fortführen und einen Tensor dritter Stufe betrachten. Dieser hat dann drei Indizes Sigma mkn. Der Tensor vierter Stufe hat vier Indizes. Sigma m, k, n, i. Die Indizes eines Tensors beliebiger Stufe können auch hochgestellt sein. Zum Beispiel die Indizes mk beim Tensor vierter Stufe können oben stehen und die Indizes ni unten. Was das genau zu bedeuten hat, erfährst du in den nächsten Videos.